Also neue technische Möglichkeiten, die neuen technischen Möglichkeiten werden bislang in der Praxis nur wenig und erst recht nicht in der Breite zur Kriminalitätsverhinderung genutzt. Gemeines Ihnen allen, sei es die heimliche Überwachung von PCs und Smartphones mittels sogenannter Staatstrojaner, sei es intelligente Videoüberwachung oder die Nutzung der Möglichkeiten der Big-Data-Analyse zu präventiv-polizeilichen Zwecken, gemeines allen neuen technischen Möglichkeiten, dass sie die Gefahr massiver Beeinträchtigungen der Grundrechte mit sich bringen. Für die Online-Durchsuchung zum Beispiel hat dies das Bundesverfassungsgericht bereits vor zehn Jahren erkannt und die Nutzung dieses hochinvasiven technischen Ermittlungselements versucht verfassungsrechtlich einzuhegen. Das war allerdings zu einer Zeit, als gerade das erste iPhone auf dem Markt kam. Die damalige Situation hat sich mit der Digitalisierung, wie wir sie heute kennen, massiv und dramatisch verändert. Es droht im wahrsten Sinne des Wortes aus meiner Sicht eine totale Überwachung des Einzelnen. Die Kombination der technischen Möglichkeiten birgt natürlich noch größere Missbrauchsgefahren und kann, wie man dies bereits in einigen Staaten auf der Welt erkennen kann, zu drastischen Einschränkungen der mühsam erkämpften Grundfreiheiten führen. Insbesondere die Möglichkeiten der heimlichen Überwachung unseres Digitalen selbst halte ich für hoch problematisch. Also Überwachungstechnologien zur Überwindung zum Beispiel von Verschlüsselung, Anonymität und so weiter sind heutzutage schon verfügbar. Es besteht ja auch weltweit ein großer Bedarf an solchen Technologien. Deswegen ist das sicherlich auch ein gutes Geschäft für die Hersteller. In einem Rechtsstaat hat man aus meiner Sicht ganz erheblich darauf zu achten, dass der Einsatz dieser Überwachungstechnologien nur in einem Maße stattfindet, wie die Verfassung und insbesondere die Grundrechte der Menschen, insbesondere die Persönlichkeitsrechte der Menschen das zulassen. In der analogen Welt, würde ich mal sagen, da hat man mal gesagt oder hat ein Kommentator, ein Jurist mal gesagt, die Auswertung eines Tagebuchs, die Auswertung eines Tagebuchs wäre die äußerste Grenze, die man in einem rechtsstaatlichen Strafverfolgungsverfahren, und ich würde das jetzt mal übertragen auch für Gefahrenabwehrzwecke, das wäre die rechtsstaatlich äußerste Grenze. Mehr darf man nicht machen. Auswertung eines Tagebuchs. Heutzutage zielen wir darauf ab, halt das, ja, in die digitale Persönlichkeit einzudringen, wenn Sie das vergleichen, was Sie in ein Tagebuch reinschreiben würden und was zum Beispiel ein Smartphone über Sie aussagt, was man überwacht. Ja, wenn ich drei Monate lang oder sei es nur zwei, drei Tage lang Ihr Smartphone überwache, weiß ich vermutlich mehr über Sie, als Sie über sich selber wissen, beziehungsweise was Ihre, zumindest das, was Ihre Ängsten vertrauten über Sie wissen. Das heißt, heutzutage haben wir die große Problematik, dass mithilfe von moderner und erstmal zu präventiven Zwecken oder Strafverfolgungszwecken geschaffenen Softwarelösungen und geschaffener Technik, dass es, dass die Möglichkeit besteht, innerhalb von Sekunden ein ganz umfassendes Persönlichkeitsbild zu erstellen. Und dieses Persönlichkeitsbild, dass das missbraucht werden kann, ich glaube, das liegt auf der Hand. Hallo, ich bin jetzt. Das ist ein sehr, sehr gut. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Vielen Dank.